Ich muss erstmal hier wieder auf den Chat, dass ich den Chat sehe. Nein, nicht mitten ins Fenster. Kacke, wein, Hilfe, was, hallo, hallo, was soll das denn jetzt? Hey, wer schiebt mir hier mein Fetzer hier die ganze Zeit rum? Ich mach mal TeamViewer aus. Besser ist besser. Tschüss Paddel, hallo, hallo. So, weg mit dir. Okay, so, und jetzt den Chat an. Mal gucken. Ich will am liebsten auch noch hier Skype im Hintergrund, aber näh. Dann kann ich überhaupt gar nicht mehr sehen. Also, ich konzentriere mich nur noch auf den Chat hier. Sieht man was? Hört man was? Guckt irgendwer zu? Warte, vielleicht sollte ich das eine Fenster im Vordergrund, nicht so weit im Vordergrund, so. Vordergrund, so. Vordergrund. Escape. Hört man mich? Oder nicht? Hallo, hallo. Ich sehe dich und höre dich. Und das Spiel. Yay. Super, dann funktioniert das schon mal. Erstmal den Stuhlz recht schieben. Also, ist es nie auch anwesend. Das Spiel ist etwas laut. Okay, dann werde ich das halt mal ein bisschen runter. Das ist drollend, drollend vor allen Dingen. Ah, und ich werde mal ganz kurz etwas machen. Einen Moment. Ich werde mal die Klappe runter machen. Efter nur so. Aus Prinzip. Und ich habe was zu trinken bereitgestellt. Und ich habe eine Decke, weil mir kalt ist. Und ich habe ein Glas und ich habe Licht und ich habe das Spiel. Und hier. Jetzt bin ich wieder mit Headset ausgestattet. Mal gucken. So. Ist das jetzt besser mit dem Spielwerk? Ein bisschen Musik braucht man dazu. Gehen wir erstmal hier rein. Einfach nur mal so. Kannst du überhaupt irgendwas hören? Ja, ich weiß. Das habe ich ja schon etwas kleiner gemacht, den Balken. Aber muss ich noch mehr kleiner machen? Ist mein Mikrofon so leise? Ja, verglichen ist das ungefähr gleich laut. Mal gucken. Dann werde ich das mal ein bisschen... Ich mache das mal auf 50. Und das Mikrofon da steht auf 80. Ist das besser so? Mikrofon 80, Spiel auf 50. Warte mal. Musik, sagst du. Als Musikbeispiel. Nehmen wir mal ganz kurz das Spiel hier. Und dann sagst du mir mal, ob das immer noch okay ist. Ist das okay oder nicht? Sehr laut. To de-merkens. Was sagst du? Bambus. Okay, warte. So, ähm... Erstmal muss ich hier raus. Äh... Optionen. Audio. Musik. Uh. Ding, 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 ding. Okay, ähm... Ich mache einfach mal das auf 3. Dialog. Mache ich mal so. Das sollte ja jetzt nicht so viel verändern. Dann gehen wir mal hier hin. Ist das jetzt besser mit der Musik? Nein, warum nicht? Optionen. Auf... Auf 1 jetzt ist das dann besser. Wie nur in OBS-Fummeln. Warte. Dann mache ich das wieder auf 3. Ähm... Hilft natürlich, dass wenn man aus dem Fenster rausgeht, dass das hier dann so... Jetzt habe ich die Musik auf 38. Ist das jetzt immer noch so schlimm? Ist das jetzt immer noch so schlimm? Irgendwer hat was auf Skype geschrieben. Und ich kann das natürlich nicht gucken, weil ich jetzt hier streamen war. Das sieht super schlau. Mal gucken. Einmal kurz stoppen. Dann einmal hier. Bin drin. Mach dir einen Gast-Account. So. Das geht eigentlich ganz einfach, einen Gast-Account zu machen. Du musst nur irgendwas schreiben, glaube ich. Ist nie. Ist das jetzt gut mit der Musik? Geht. Ja, geht. Okay. Ja, dann werde ich auch zum richtigen Spiel. Sagt irgendwer mir leider Bescheid? Dass ich jetzt streame? Streamen, vor allen Dingen. Ansonsten, wo ist denn Mirella? Erstmal auf WhatsApp schreiben. Ja, lade doch neu. Spiel. Dann erst einmal. Streame jetzt. Punkt. Bambus, erkläre mal es nie, wie man sich einen Gast-Account macht. Das geht doch eigentlich, oder? Oder geht das nicht? Ich glaube, das war doch bei Twitch. Auf jeden Fall. Die wüsste der Knarren. Mal gucken, wie ich mich schlagen werde. Ich gucke noch einmal bei Skype rein und dann werde ich jetzt absolut... Äh. Bambus, erklär es ihr. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Und dann abreren. Das war's. Hm. Sni schreibt. Also hab da in den Chat geschrieben und da war die Option entweder sich einzuloggen, aber das ist ja noch leicht registrieren, sag ich doch. Hä, doof. Das war's. 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 Skype Ne, glaube ich nicht, dass ich nur diesen Haken habe Ich kann ja noch so lange Warte mal, ich halte noch mal so lange